Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen Wochenstart in die Runde. Ich hoffe, ihr seid alle gut in diese Woche reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 16.150 US-Dollar. Kleiner Dump heute Nacht. Mit was das zu tun hatte, werden wir uns jetzt auf jeden Fall gleich im Update-Video anschauen. Was mir ganz wichtig ist, gebt doch mal bitte Feedback zum Ton jetzt, ob es ein bisschen lauter ist. Ich habe es jetzt auf volle Lautstärke gestellt. Ich bin ein bisschen näher ran am Mikro jetzt mittlerweile. Also würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr es unten einfach in die Kommentare reinschreibt. Außerdem gerne ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und genug Eigenwerbung jetzt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Charts. Und zwar, wie gesagt, Bitcoin. Momentan die 16.150 US-Dollar. Und gleich zum Start machen wir uns mal dran und gucken uns den Traders-Reality-Indikator an. Hierzu wird übrigens die Woche nochmal ein kleines Update dazu kommen. Ich habe ja euch die Vector-Candle schon mal erklärt. Und jetzt kommt eben nochmal ein neues Video dann, wie ich den ganzen Indikator nochmal erkläre. Kommt dann im Laufe der Woche. Aber auf was ich jetzt hinaus will, wir haben darüber gesprochen. Die Vector-Candle, die ungefähr bei 15.850 bis 15.900 US-Dollar lag. Die wurde heute Morgen abgeholt. Sehr, sehr gutes Zeichen. Das war im Endeffekt der Fahrplan oder das, was ich eigentlich schon die ganze Woche über gesagt habe. Normalerweise holt sich der Kurs Richtung Ende der Woche. Meistens Freitag, Samstag. Sonntag dann doch eher ein bisschen ungewöhnlich. Aber hier um 2 Uhr nachts ungefähr hat er sich eben diese Vector-Candle geholt. Also alles auf Reset wieder. Und jetzt versuchen wir zumindest so eine kleine Erholung zu starten. Ich mache jetzt den Indikator wieder aus, weil das war eigentlich das Hauptsächliche, was ich euch hier zeigen wollte. Wir haben noch die Psi-Low und Psi-High Range bei ungefähr 16.800 bis ungefähr 16.600 US-Dollar. Also das mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ansonsten, wir haben unser Preisziel, was wir uns eben hier ausgemalt haben aus unserem Symmetrical Triangle, wo wir gestern drüber gesprochen haben, komplett erreicht. Also besser hätten wir es nicht machen können. Und trotzdem, ich bin kein Pattern-Fan, aber es hat halt hier perfekt dazu gepasst. Nur, die Pattern sind im Endeffekt nur Gegenstand dafür, was sich der Markt sowieso hätte holen sollen oder hätte holen wollen. Kann man ja auch so sagen. Ja. Wie sieht jetzt die nächsten Stunden aus? Also wir haben hier oben eine kleine Ineffizienz bei ungefähr 16.450 US-Dollar. Das wäre so das Mindestanforderungsziel, wo man sich erst einmal wünschen sollte. Natürlich ist draußen viel FUD, Grayscale-FUD, Gemini-FUD, momentan zumindest, wobei da strauchelt es ein bisschen mehr. Aber den einen FUD können wir uns dann später mal ein bisschen näher angucken. Aber ansonsten wäre das jetzt das erste Ziel. Wir haben jetzt hier erstmal eine schöne Konsolidierung hier an unserem Tief gesehen. Vector wurde abgeholt. Sehr, sehr wenig Volumen, beziehungsweise diese Verkaufs-Candle wurde damit sehr, sehr wenig Kaufdruck hier auf dem 1-Stunden-Chart aufgekauft. Und deswegen bin ich auch hier auf dem 1-Stunden-Chart, einfach damit wir uns das Volumen angucken können. Und das ist sehr, sehr gering und das ist erst einmal ein gutes Zeichen. Trotzdem, wichtiger Step wäre erst einmal die 16.350 mit einem 1-Stunden-Close zu übernehmen und dann die 16.450 US-Dollar einerseits dann mit einem 1-Stunden- oder aber auch mit einem 4-Stunden-Close, was deutlich besser wäre, ein Close da drüber zu sehen. Das wäre jetzt so erstmal der erste Step. Ansonsten schöner Triple Bottom erst einmal, solange unser Tief hier auf jeden Fall hält, beziehungsweise unsere 1-Stunden-Demand-Zone, die hier unten natürlich auch noch liegt. Die größeren Timeframes sagen uns relativ wenig aus. Also wir befinden uns in einer größeren Seitwärtsphase, wenn wir das jetzt hier einfach nochmal ein bisschen langziehen, seht ihr das ganz gut, zwischen 17.200 und eben der besagten 15.900 US-Dollar. Das ist unsere Range, die gilt und nicht nur seit dieser 1-Stunden-Demand, sondern auch seit unserem Abverkauf hier unten. Trotzdem, was man hier noch ein bisschen beachten sollte, die 15.400 US-Dollar schreibe ich jetzt erstmal nicht ab. Ich bin momentan in einem kleinen Long-Trade drin, den habe ich eröffnet, aber ich traue dem Ganzen wirklich noch nicht so ganz. Also ich habe auch hier erste Profite jetzt dann langsam genommen, weil mir das Ganze ein bisschen zu unsicher auch ist. Stop-Loss-Entry. Und jetzt warte ich erstmal darauf ab, wie sich jetzt so die nächsten Tage, sage ich mal, entscheiden. Wir haben eine relativ ruhige Woche vor uns. Wir haben Donnerstag Thanksgiving in den USA, das heißt da ist alles zu. Ich glaube, Freitag macht dann auch nicht so lange auf. Also wir haben es ja im Wochenausblick, also da gerne vorbeischauen im Wochenausblick, haben wir uns ja angeguckt, dass sehr, sehr wenig Daten sind. Erst gegen Mittwoch sollte deutlich, deutlich mehr Volatilität kommen. Ansonsten Kryptomarkt, wie gesagt, Vektorkandle geholt, erstmal geresette. Jetzt schauen wir einfach mal, wie die Woche endet oder wie viel Fatt da draußen noch unterwegs ist. Das ist ja das große Zeichen, beziehungsweise die große Frage. Geht vielleicht noch jemand pleite? Ist jemand pleite? Wer legt seine Zahlen offen? Aber mittlerweile machen das relativ viele. Also es kommt langsam ein bisschen Beruhigung rein. Ja, soviel zu Bitcoin, sage ich jetzt einfach mal, war ein bisschen ausführlicher, aber es gibt eigentlich auch hier wenig zu sagen. Wir sind in der Range, Vektorkandle wurde abgeholt und jetzt schauen wir uns Ethereum an. Und Ethereum ist deutlich, deutlich mehr passiert. Hat damit zu tun, der FTX, in Anführungszeichen Hacker, wo ja eigentlich kein wirklicher Hacker ist, glaube ich, oder was viele vermuten ja, hat seine Ethereum-Bestände verkauft. In drei Etappen sieht man ganz gut, einmal hier, einmal hier und dann jetzt nochmal hier in dieser kleinen Konsolidierung wurde relativ viel verkauft, aber auch sehr viel geswappt. Und zwar erst zu REN, BTC und dann zu richtigen Bitcoin, was man so ein bisschen so bei EFAScan und sowas nachgucken kann. Also das sollte jetzt auch erstmal abgearbeitet sein. Wir haben unsere Range gebrochen, wir haben hier unten diese Demandzone, ich glaube hier unten war auch noch so ein 15-Minuten-Vektor, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch abgeholt. Aber an sich, gleiches Spiel wie bei Bitcoin, wir haben zwar jetzt hier diese kleine Range gebrochen, trotzdem die größere ist weiterhin vorhanden. Und was man auch dazu sagen muss, nach Chart-Analyse haben wir uns ja auch am Wochenende öfters mal angeguckt, wir haben es nicht geschafft, hier diese Hochs mit einem 1-Stunden-Close oder 4-Stunden-Close mal rauszunehmen. Also auch kein gutes Zeichen, kein starkes Zeichen von Ethereum. Der Downtrend ist auf jeden Fall intakt, darauf müssen wir uns weiterhin einstellen, solange wir diesen dynamischen Widerstand nicht rausnehmen. Also momentan wäre der Stand 1200 US-Dollar und genau auch hier liegt auch noch unsere Ineffizienz. Also hier dieser Bereich würde perfekt passen, sollten wir jetzt hier hochkommen, da wird es sich meiner Meinung nach entscheiden. Dann hätten wir die zwei Verkaufsabverkäufe hier erstmal weg, wir hätten die Ineffizienz geschlossen und dann schauen wir weiter. Dann, XRP, sorry, ich war jetzt gerade irgendwie noch bei Ethereum. XRP, sehr, sehr schön ins Golden Pocket gekommen. Also hier haben wir ja drüber gesprochen, auch in dem XRP-Update, am Freitag war das glaube ich, und XRP und IOTA, haben wir ja drüber gesprochen, Golden Pocket, Golden Pocket, Order abgeholt. Also perfekt Glückwunsch, wer das hier mitgenommen hat nach dem Call, also war sehr, sehr gut. Zweite Order, wie gesagt, liegt das hier unten in dem Bereich der 0,33, weil wir hier unten noch einen Vektor haben. Aber das Golden Pocket momentan sieht sehr, sehr gut erst einmal aus. Wir haben hier oben jetzt erst einmal eine 4-Stunden-Supply-Zone in diesem Bereich, ist auch dieser ganze Abverkauf und noch eine Ineffizienz, aber ein bisschen tiefer. Also mal gucken, der erste Step wäre auf jeden Fall die Ineffizienz hier rauszunehmen bei ungefähr genau 0,37 US-Dollar-Cent und danach der nächste Step bei 0,37,50. Da schauen wir mal weiter. Dann, Chilis, wie auch immer man dazu sagt, Trade mittlerweile geschlossen. Ich habe ja gestern nochmal ein Update dargelassen, dass ich den Trade zu 75% geschlossen habe. Gestern in der Telegram-Gruppe und jetzt über Nacht ist er jetzt einfach ins Golden Pocket gekommen, also besser kann es nicht laufen. Wir sind hier oben bei 0,27,40 Short gegangen, heute früh geschlossen. 30%, Dreierhebel könnt ihr euch ausrechnen, 90% Gewinn, je nachdem, man nimmt auch immer zwischendurch Profite. Also Reihengewinn sind sich 90%, aber nach dem Trade mit einem Dreierhebel 90% Bombe. Ich habe hier aber noch keinen Long-Entry reingesetzt. Hat den Grund, ich bin hier noch ein bisschen pessimistischer aufgrund der ganzen Sache, jetzt wegen FIFA-WM und sowas. Das Golden Pocket wurde jetzt erstmal geholt, Trade zu und jetzt warte ich erstmal ab. Der Abtrend, den wir hier eingezeichnet haben, der verläuft auf jeden Fall noch sehr, sehr gut. Der hält auch noch. Ich warte nur ehrlich gesagt, und da blicken wir mal ganz kurz in den 1-Stunden-Chart, dass wir uns die Tiefs hier nochmal holen. Also ihr seht hier unten doch noch einiges am Volumen, was hier gefischt werden könnte, bei ungefähr, was haben wir hier, 0,18,38. Das wäre so der Bereich, wo ich überlegen würde, einfach nochmal, aber eine kleinere Position, nicht so groß wie der Short war. Einfach hier nochmal eine Long-Position genau an diesem Abtrend und eben an diesen tieferen Tief zu setzen. Und dann, sag ich mal, eventuell eine kleine Gegenbewegung nach oben hin zu sehen. Wir haben noch kein tieferes Tief gebildet, also auch hier alles momentan tutti-frutti, wie man so schön sagt. So, und dann zum letzten Altcoin, der sich auch gewünscht wurde, DYDX, auch hier läuft der Trade, sehr, sehr erfolgreich momentan. Golden Pocket, perfekt gehittet bei 1,77 oder 1,78 US-Dollar. Also auch hier, Order wurde getroffen, beide Orders, ich glaube, irgendwie irgendwo hier in der Mitte, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen hier pessimistischer an. Für alle, die am Golden Pocket Long gegangen sind, müssten auch mit 5% knapp im Plus sein. Oder im Peak bei ungefähr 6,77%. Also auch hier, herzlichen Glückwunsch, wer das möglicherweise mitgenommen hat, aus den Calls, sag ich mal, aus den Videos mit rausgenommen hat. Sehr, sehr gut hier erst einmal, jetzt warte ich erst einmal auf eine Gegenreaktion. Jetzt warten wir mal. Profite, auch hier kurz mal mitgenommen. 25% Stop-Loss Entry. Eventuell werde ich nochmal einen neuen Trade aufmachen, weil auch hier, schauen wir uns mal ganz kurz das Volumen an, wie es aussieht, sehr, sehr wenig Volumen hier unten am Peak, aber mit hier drüben haben wir doch nochmal ein bisschen Volumen mitgenommen. Also könnte sein, dass wir doch nochmal so eine kleine Trendwende zumindest in dem Bereich der 1,76 hier runterkriegen. Hier liegt auch eine kleine 1-Stunden-Demand-Zone, die mal im Blick behalten und dann gegebenenfalls eine neue Long-Position eröffnen. Gut, das war es zu den Altcoins. Wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Bündchen habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare. Wir schauen uns das dann im Laufe der Woche an und XRP und IOTA bzw. XRP und ich glaube Matic machen wir dann am Freitag. Dann noch zu den News. Was stimmt nicht mit dem EU-Markt für Kryptoassets? Ja, da stimmt vieles nicht. Ganz einfache Antwort, da stimmt vieles nicht in der EU, aber lest euch den Artikel gerne durch, aber da müsste, glaube ich, auch schon in der Telegram-Gruppe sein. By the way, joint gerne in die Telegram-Gruppe, wenn ihr keine Trades und Sonstiges mehr verpassen wollt. Und Grayscale will Proof-of-Reserve-Daten zurückhalten. War vor, ich glaube, nach Stunde noch sehr, sehr aktuell, hat sich aber mittlerweile in FUD aufgelöst, um das mal so klar und deutlich zu sagen. Denn Coinbase hat die Daten offengelegt von Grayscale, könnt ihr auch in der Telegram-Gruppe nachlesen. Ich werde es euch später noch in die Analyse-Gruppe mit reinpacken, damit ihr da auch nochmal eine kleine Übersicht habt. Aber das ist mittlerweile aufgeklärt, also alle Daten wurden hier von Coinbase offengelegt. Grayscale hat aufgrund, ich glaube, Datenschutz oder Sonstiges, steht, glaube ich, hier unten drin, erst einmal zurückgehalten. Aber wie gesagt, das hat sich zum Glück erst einmal aufgehoben. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Würde ich mich riesig darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns morgen wieder. Und bis dahin, stay crypto. Ciao, ciao. Ciao, ciao.